Ich habe es ja gestern schon angekündigt, heute um 11 Uhr launcht die neue TVEO Kollektion und zwar ist das die College Collection. Die wird in fünf verschiedenen Farben kommen. Ich habe jetzt hier braun an. Ich liebe braun und beige Töne einfach, ihr wisst es. Das ist einmal der Cropped Hoodie. Ich finde den richtig, richtig nice. Gerade dieses gecropte hier mit dem Gummizug finde ich einfach super nice. Beim Training oder im Alltag kann man zu so, so vielen Sachen kombinieren. Auch hier vorne mit der Aufschrift hat das einfach irgendwas total Besonderes, muss ich sagen. Und es ist so, so bequem, wenn ihr das spüren könntet von innen. Der Stoff ist einfach so ultra weich, muss ich sagen. Also ich bin schon total verliebt in die Kollektion, muss ich sagen. Passend zu der Cropped Jacke haben wir natürlich die Oversized Jogger. Ihr habt hier einmal den Schriftzug. Hier drin hat sie so Bändchen, womit ihr sie enger oder lockerer schnüren könnt, was wirklich richtig, richtig praktisch ist. Ich muss sagen, ich liebe sie echt richtig, richtig doll. Ich glaube, es wird meine neue Lieblings-Chill-Hose auf jeden Fall. Und die Jacke kann ich mir auf jeden Fall richtig gut im Gym vorstellen mit einer engen Leggings oder so. Richtig, richtig nice. Für diejenigen von euch, die nicht so gerne Cropped Hoodies mögen, hat Teveo auch diesen richtig schönen Oversized Folie. Der ist von innen auch wieder super flauschig und warm. Hat vorne auch die schöne Teveo-Aufschrift. Hinten hat eine schöne Kapuze. Hier vorne die Taschen ist richtig, richtig bequem, muss ich sagen. Also, wer keine Cropped Hoodies mag, der ist mit dem hier auf jeden Fall richtig gut bedient. Dann haben wir noch einmal das College-Shirt. Hier ist auch wieder die Aufschrift. Kann man bei schwarz jetzt gerade nicht so gut sehen, aber ja, bei den helleren Farben auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Ich habe das jetzt so ein bisschen hochgecropped. Das ist normalerweise länger. Ich trage die auch total gerne zum Schlafen in der Übergröße dann. Aber so hochgecropped finde ich das zum Training auf jeden Fall richtig nice, muss ich sagen. Und denkt dran, ich habe euch jetzt auch noch ein Gewinnspiel hochgeladen mit der lieben Patricia. Also macht da gerne mit. Da könnt ihr einen Teveo-Gutschein gewinnen, beziehungsweise zwei Teveo-Gutscheine. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Und vergesst nicht, mit meinem Code zu sparen. Bis zum nächsten Mal.